Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Der 51-jährige Treuhandvorstand Günter Rexroth soll neuer Bundeswirtschaftsminister werden. Vorstand und Bundestagsfraktion der FDP nominierten heute den ehemaligen Berliner Finanzsenator mit großer Mehrheit. Die Entscheidung über einen neuen Wirtschaftsminister war nach dem Rücktritt von Jürgen Möllemann am vergangenen Sonntag notwendig geworden. Als die Berliner FDP bei den Wahlen 1989 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, wurde Rexroth zum Vorstandsvorsitzenden der Citibank berufen. Von dort aus wechselte er dann zur Treuhand. Das neue Modell fürs Amt des Wirtschaftsministers heißt Günter Rexroth. Im Mittelpunkt aller Blitzlichter heute Morgen, Stunden bevor er erfolgreich durch alle Gremien bestätigt wurde. Der selbstbewusste 51-Jährige, Mitglied im Vorstand der Treuhand, hatte zwar vorher gerechnet, aber sicher konnte er nicht kalkulieren, 57 von 97 Stimmen zu bekommen. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, nicht vorhersehbar, wenn auch von der Führungsspitze erhofft. Das Präsidium hatte es unterlassen, einen der drei Kandidaten zu favorisieren. Wie zum Beispiel Walter Hirche, er erntete nur 17 Stimmen, oder Paul Friedhoff, der Bundestagsabgeordnete, er verlor mit 23 Stimmen. Vorschusslorbeeren hatten nämlich seinerzeit eine designierte Außenministerin Schwetzer zugunsten Kinkels straucheln lassen. Die Fraktion erwartet von Rexroth, dass er die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl nutzt, die Probleme einer Rezession erkennt und vor allem in Ostdeutschland den wirtschaftlichen Aufbau vorantreibt. Meine Damen und Herren, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich mich sehr freue über den Vertrauensbeweis von Fraktion und Vorstand. Ich werde das zu würdigen wissen, in harter und engagierter Arbeit. Jetzt ist es soweit, dass Graf Lambsdorff mich dem Bundeskanzler vorschlagen wird. Es schien, als sei, dem nichts hinzuzufügen. Da wendet sich der Parteichef noch einmal mit einer heute fast zweitrangigen Neuigkeit an die Öffentlichkeit. Wir haben gleichzeitig beschlossen, einstimmig durch Akklamation den Bundeskanzler darum zu bitten, Herrn Kinkel zum Stellvertreter des Bundeskanzlers und Vizekanzlers zu ernennen. Das wird niemanden überraschen, uns auch nicht. Und ich liefere das hiermit nach, mit Verzögerung. Die Nominierung von Günter Rexroth hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Finanzminister Weigl erklärte seine Bereitschaft zu einer fairen und engen Zusammenarbeit. Der Deutsche Industrie- und Handelstag bot dem FDP-Politiker Unterstützung an. CDU-Generalsekretär Hinze äußerte sich positiv über die Nominierung. Dagegen betonte SPD-Geschäftsführer Blessing, von Rexroth gehe wenig Hoffnung auf einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel beim Aufbau in Ostdeutschland aus. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist heute in Stuttgart die diesjährige Tarifrunde im öffentlichen Dienst eröffnet worden. Schon am ersten Tag der Verhandlungen legten die Arbeitgeber ein Angebot vor. Sie sind bereit, 2,25 Prozent mehr Lohn und Gehalt zu zahlen. Die Gewerkschaften haben das als unannehmbar zurückgewiesen. Die ÖTV fordert 5 Prozent mehr und besteht auf einer sozialen Komponente von 150 Mark für die unteren Einkommensgruppen. Die DAG verlangt 5,5 Prozent mehr. Die Verhandlungen wurden nach sechs Stunden auf den 22. Januar vertagt. Die Glückwünsche zum neuen Jahr konnten alle Beteiligten gut gebrauchen. Bereits in der ersten Runde gab es alles andere als Eintracht. Wir haben eine angespannte Situation bei den öffentlichen Haushalten. Wir haben Defizite im Jahre 1993 von über 200 Milliarden D-Mark. Das macht Personalbegrenzungen notwendig und zwingend. Und schließlich, wenn wir es ernst meinen mit dem Solidarpakt in Deutschland, dann müssen wir auch durch die Entscheidung in der Lohnpolitik die Voraussetzungen schaffen für den Aufschwung. Im Osten. Enttäuschung bei der ÖTV. Wenn es denn richtig ist, dass dies keine Zeit für Verteilungskämpfe ist, dann kommt es doch vor allem darauf an, Solidarität mit den Schwächeren auch in der Tarifpolitik zu üben. Dieses Angebot, was uns jetzt vorliegt, ist aber ein Angebot ohne soziales Gespür. Ohne soziale Komponente, so hörte man aus Gewerkschaftskreisen, wird es keinen Abschluss geben. Leere Kassen dagegen plagen die Arbeitgeber. Zwar ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber die ÖTV wird es nicht leicht haben, eine 3 vor dem Komma durchzusetzen. Es sieht heute in Stuttgart ganz danach aus, als ob auch die Tarifrunde 1993 kompliziert werden wird. Im Konflikt um die im Südirak stationierten Luftabwehrraketen scheint eine bewaffnete Auseinandersetzung unausweichlich. Die irakische Führung hat es heute abgelehnt, die Raketen zurückzuziehen und das Flugverbot südlich des 32. Breitengrades zu akzeptieren. Man wolle keine Konfrontationen, so hieß es in Bagdad, aber man sei bereit, sich zu verteidigen. In Washington rief US-Präsident Bush den Nationalen Sicherheitsrat ein. Das Ultimatum der Alliierten im Golfkrieg hat den Irak, an den Irak läuft in drei Stunden ab. Nach einer Korrektur jetzt genau um 23.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Countdown läuft. Die Amerikaner sind vorbereitet, in dreieinhalb Stunden die irakischen Raketenstellungen anzugreifen. Das größte Problem ist derzeit das Wetter über dem südlichen Irak. Die Aufklärungsflugzeuge und Beobachtungssatelliten können zurzeit offenbar nicht genau ausmachen, wohin die Iraker ihre SAM-Raketen bewegen. Abzug, Tarnung oder bessere Abschusspositionen. Die Möglichkeit, dass Saddam angesichts amerikanischer Übermacht das Ultimatum doch noch befolgt, wird nicht ganz ausgeschlossen. Die neue Konfrontation begann am 27. Dezember, als die Amerikaner ein irakisches Flugzeug in der Flugverbotszone abschossen. Heute veröffentlichte das Pentagon die Radarbilder, die beweisen sollen, dass die Iraker angreifen wollten. Der Irak hat dieses Flugverbot nie anerkannt, es sei kein UNO-Beschluss. Der irakische UNO-Botschafter Nisar Hamdun versuchte noch mit Verhandlungen das Ultimatum zu stoppen, lud US-Kongressabgeordnete nach Teheran ein. Reaktion im Weißen Haus? Wir wollen keinen Dialog mehr. Wir warten ab, wie der Irak reagiert. Die Botschaft Präsident Bush an Saddam Hussein auch für die Zeit nach dem 20. Januar, halte dich an die UN-Resolutionen oder du zahlst einen Preis dafür. Lenkt Saddam Hussein nicht noch in letzter Minute ein, werden die Amerikaner angreifen. Aber vermutlich, so der Sprecher des Weißen Hauses, nicht unbedingt sofort nach Ablauf des Ultimatums. Erst müssen die militärischen Voraussetzungen optimal sein. Und es wird, so die Einschätzung hier, eine begrenzte Militäraktion gegen die Flugabwehrraketen bleiben. Auch wenn am Golf wieder geschossen wird, es ist sicherlich nicht der Auftakt zum Golfkrieg Nummer 2. Der auf einem Felsen der Shetland-Inseln gestrandete Tanker Brea bricht auseinander. Am Nachmittag meldeten die niederländische Bergungsfirma und die britischen Rettungsdienste übereinstimmend, dass das Schiff zwischen dem Maschinenraum und den Öltanks durch die Wucht der Wellen zerrissen wurde. Allerdings, so die Experten, ich muss mich verbessern, zerrissen werde, also noch nicht zerrissen ist. Allerdings, so die Experten, würde das Wrack durch den Bruch eher stabilisiert. Das Öl breitet sich aus. Der Wind hat gedreht, aber er ist nicht abgeflaut. Mit Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern jagt er über Meer und Land. Auch heute, am vierten Tag der Katastrophe, ist gegen die Ölpest nichts, aber auch gar nichts zu machen. Und nach den Prognosen wird sich das Wetter in den nächsten 48 Stunden nicht ändern. In riesigen Wellen brandet die braune, stinkende Brühe an die Küste, bedroht das Leben, wo immer sie auftaucht. Ungezählte Seevögel verenden elendig. Seehunde und Ottern, Fische und Schalentiere gehen in dem Öl zugrunde. Das Naturparadies, Shetlandinsel, es war einmal. Niemand weiß, wie es im Innern des Rumpfes aussieht, wie viel Öl noch in den Tanks ist und wie viel schon ausgelaufen ist. Darüber gibt es nur Vermutungen. Um die Lachsfarmen zu schützen, wurden an einigen Stellen vor den Buchten Absperrungen errichtet. Doch wie weit das bei diesem Wetter hilft, ist fraglich. Ein hilflos wirkender Versuch, sich gegen die Katastrophe zu wehren. Der Sturm treibt immer mehr ölgischt über Land. Der Boden und die Vegetation sind jetzt schon auf Jahre verseucht. Die toxischen Gase, die entweichen, werden immer mehr zu einer Gefahr. Gestern wurden sie von den Offiziellen auch heruntergespielt. Heute wurde die Evakuierung des ganzen Küstenstreifens schon als eine mögliche Notwendigkeit ins Auge gefasst. Mehr zu dem Tankerunglück bei den Shetland-Inseln im ARD-Brennpunkt um 21.45 Uhr. Seit Kriegsbeginn sind in Bosnien-Herzegowina 20.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt worden. Das geht aus einem Bericht einer Untersuchungskommission der Europäischen Gemeinschaft hervor, der heute in Genf vorgelegt wurde. Die Vergewaltigungen seien Teil der Politik der Serben, um andere Volksgruppen aus den von ihnen besetzten Gebieten zu vertreiben. Die Bürgerkriegsparteien in Somalia haben heute im äthiopischen Addis Abeba eine gemeinsame Friedenserklärung unterzeichnet. Nach fünftägigen Verhandlungen einigten sie sich darauf, dass von sofort an in ganz Somalia ein Waffenstillstand in Kraft treten soll. Das Übereinkommen lässt jedoch wesentliche Punkte offen. So gibt es keine Einigung, ob die miteinander verfeindeten Milizen entwaffnet werden sollen und wie die Einhaltung des Waffenstillstandes überwacht werden kann. Im Dezember 1980 hat der ehemalige SED-Chef Honecker versucht, die Warschauer Paktstaaten zum Einmarsch in Polen zu bewegen. Das geht aus den Akten des SED-Zentralarchivs hervor, die von Wissenschaftlern der FU ausgewertet worden sind. Ein Bericht von Klaus Scherer. Panzer in Prag 1968. Warschauer Pakt-Truppen beenden den Traum demokratischer Reformen. Wäre es nach der DDR-Führung gegangen, der Einmarsch hätte sich 1980 in Polen wiederholt. Zitat Erich Honecker. Auch dieses letzte Mittel muss angewandt werden, wenn die Arbeiter- und Bauernmacht verteidigt werden muss. Mit Polens DDR-Botschafter Olszowski, der später ins Warschauer Politbüro nachrückte, hatte Honecker sich besprochen. Anlass, die Streiks auf der Danziger Leninwerft und ihre Folgen. Sechs Tage später wendet sich Honecker an Moskau, genauer an den Genossen Brezhnev. Zitat, jede Verzögerung ist dem Tod gleich, dem Tod des sozialistischen Polen. Honecker schlägt ein Spitzentreffen der Warschauer Paktstaaten in Moskau vor. Das Politbüro der DDR bevollmächtigt ihn dort, die nötigen Schritte einzuleiten. Und Honecker drängt, wie es heißt, auf gemeinsame Maßnahmen, so die Forschergruppe der FU. Honecker ist in Moskau der einzige, muss ich sagen, dem der Kompromiss, eine polnische Lösung anzustreben und dem Polen die Chance zu geben, es mit dem Kriegszustand selber zu versuchen, nicht ganz einverstanden ist. Die Dokumentensammlung geht auch nach Warschau. Erste Früchte hieß es des deutsch-polnischen Abkommens. Die polnischen Delegierten sprachen vom dunkelsten Kapitel der deutsch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Die Dokumente könnten auch sie gut gebrauchen, um im eigenen Lande auszuleuchten, wie es seinerzeit zum Kriegsrecht kam. Die Dokumente in Warschau seien wohl rechtzeitig vernichtet worden. Auf Widerspruch ist ein Vorschlag von Entwicklungshilfeminister Spranger gestoßen, einen Teil der Asylbewerber regelmäßig auf Aids zu untersuchen. Spranger hat dabei Flüchtlinge aus afrikanischen und asiatischen Ländern mit einem, wie er der Bild-Zeitung sagte, hohen Durchseuchungsgrad im Auge. Nach Ansicht der SPD leistet der Minister damit dumpfen Vorurteilen und Ängsten vor Menschen anderer Nationen Vorschub. Zutiefst inhuman nannte die Deutsche Aids-Hilfe solche Tests. Die Arbeitsgemeinschaft pro Asyl hielt Spranger entgegen, dass die Aids-Gefahr nicht von den Flüchtlingen ausgehe, sondern längst ein soziales Problem jeder Gesellschaft sei. Der Rostocker Ausländerbeauftragte Richter hat dem Senat der Inhansestadt und dem Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern Untätigkeit im Zusammenhang mit den Krawallen im August vorgeworfen. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Schwerin sagte Richter, Im Sommer hätten Warnungen vor Ausschreitungen vorgelegen, ohne dass darauf reagiert worden sei. Richter widersprach, auch der Darstellung der Polizei seit Beginn der ausländerfeindlichen Krawalle nicht über die akute Gefährdung eines Vietnamesen-Wohnheims informiert gewesen zu sein. Verheerender Verkehrsunfall gestern Abend in der Nähe von Grenoble. Ein Tanklastwagen raste auf abschüssiger Straße auf wartende Autos. Zehn Menschen wurden getötet, vier weitere verletzt. Durch auslaufendes Benzin fing auch ein Hausfeuer, die Bewohner konnten sich retten. Die zehn Autoinsassen kamen in den Flammen um. Unglücksursache war ein Versagen der Bremsen. Wie durch ein Wunder blieb der Tank des Lastwagens mit brennbaren Chemikalien unbeschädigt. Steffi Graf und Michael Stich haben erstmals für das deutsche Tennis den Hopman Cup gewonnen. Die inoffizielle Mixed-Weltmeisterschaft. Im australischen Perth stand der Finalsieg über das spanische Geschwisterpaar Sanchez bereits nach den beiden Einzelnen fest. Auf das abschließende Doppel verzichteten die Deutschen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 9. Januar. Auf dem Satellitenfilm erkennt man zunächst ein breites Wolkenband über Skandinavien, Deutschland und Frankreich. Über England, Wales und Schottland ist es gering bewölkt. Im Tagesverlauf dehnte sich die wolkenarme Zone bis nach Norddeutschland aus, während sich das Wolkenband nach Osten verlagerte. Nach Abzug der zugehörigen Front kommt Deutschland unter kurzen Zwischenhocheinfluss, bevor von Westen erneut atlantische Tiefausläufer auf Mitteleuropa übergreifen. Die Vorhersage für morgen. Im Süden teils neblig trüb, teils sonnig und weitgehend niederschlagsfrei. Sonst zunächst aufgelockerte, später wieder starke Bewölkung und nachfolgend Regen. Tiefsttemperatur im Süden 2 bis 7 Grad, bei Aufklaren geringer Frost, sonst Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Tageshöchstwerte 4 bis 9, im Südwesten bis 11 Grad. Auffrischender in Böen im Norden zum Teil stürmischer Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten am Sonntag windig, regnerisch und mild. Auffrischender in Böen im Norden zum Teil stürmischer Wind um Südwesten bis 11 Grad.